Hallo, Pia zeigt dir heute ihr Zuhause. Sie lebt in einem Haus mit Garten. In ihrer Straße stehen viele Häuser. Pia überlegt, warum heißt Haus in der Mehrzahl eigentlich Häuser und nicht Hausen, so wie sie es bei Nasen, Straßen und Hasen gelernt hat? Hausen, das hat sie ja noch nie gehört. Sie hört alle immer nur Häuser sagen. Pia erklärt dir heute eine Ausnahme bei der Mehrzahlbildung von bestimmten Wörtern, nämlich Wörter mit au oder au, wie eben in Haus. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.